Liebe Münchnerinnen, liebe Münchner, auch wenn wir dieses Jahr keinen Christkindlmarkt haben werden, dann hoffe ich, dass trotzdem ein leuchtender Baum so ein bisschen Hoffnung und Freude bringt in diese Weihnachtszeit. Drei, zwei, eins, Licht! Mir gefällt der Baum wahnsinnig gut, eine stattliche Weißtanne aus Peiting. Danke nochmal für die Spende des Baumes und natürlich ist es sehr, sehr schade, dass dieser Baum eben nicht über unseren städtischen Christkindlmarkt am Marienplatz wacht. Für die Standelbetreiberinnen und Betreiber war es dieses Jahr besonders bitter. Sie waren schon im Aufbau begriffen, hatten zum Teil die Ware natürlich schon bestellt, hatten schon dekoriert. Und von daher auf münchen.de slash Christkindlmarkt können wirklich bei allen Standelbetreiberinnen und Betreibern die Waren geordert werden, bestellt werden, sodass hier zumindest jeder, der sich das wünscht, einfach an die schönen Sachen auch fürs Weihnachtsfest kommen kann und so gleichzeitig unterstützt wird.